Zuerst muss man sagen, dass es keinen guten oder schlechten Akzent gibt. Ob sich ein Akzent gut oder schlecht anhört, ist wirklich reine Geschmackssache. Als Beispiel nehmen wir die englische Sprache, die die Nummer eins der internationalen Sprachen ist und die du fast auf der ganzen Welt anwenden kannst. Also mit englischsprachigen Leuten wie Iren, Australien oder Amerikanern oder aber auch mit Leuten, deren Muttersprache nicht englisch ist, wie zum Beispiel Japanern, Russen oder Brasilianern, mit denen du aber wahrscheinlich trotzdem auf Englisch kommunizieren würdest. Je mehr unterschiedliche Akzente du verstehen kannst und kennenlernst, desto besser. Aus diesem Grund bieten wir Englisch in so vielen verschiedenen Destinationen an. Es geht nämlich wirklich darum, internationales Englisch zu lernen. Oftmals kommen auch die Lehrer aus einem anderen Land. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Australier in England unterrichtet oder ein Engländer in Südafrika. Am besten entscheidest du dich einfach für das Land, das dich am meisten interessiert. Die Englischkenntnisse und der Akzent, den du dir aneignest, wird zwangsläufig ein bisschen die Note des Landes haben. Und wenn du in Zukunft Englisch sprichst, werden andere vielleicht sagen können, dass du Englisch in Irland oder in Australien gelernt hast. Und genau das ist Teil deiner eigenen Erfahrung, deiner Vergangenheit und Identität. Und vielleicht auch ein bisschen deines Charakters. Die Bemerkte und kleine Begegnung sind. Und jetzt gelesen wird ein bisschen die Begegnung.